extrem krass digga digga oh mein Leute was geht 59 Kills Solo vs Squad das ist kein Spaß kein Clickbait schaut es euch einfach selber an das ist der Weltrekord ich hätte niemals so etwas für möglich gehalten und seit meinem Besuch im Disneyland in Paris habe ich sogar so eine coole Stitch Tasse und schaut mal wie das aussieht wenn ich trinke das ist einfach dann der Mund von Stitch falls ihr auf jeden Fall die täglichen 2 Fortnite Videos feiert vergisst nicht Abo und Like dazulassen, trinkt auf jeden Fall mehr Tee das ist extrem gesund und das allerwichtigste ist Freunde, weil ich habe extrem Bock wieder Squad mit euch zusammen zu zocken und ich will wieder mit Streams durchziehen so kommentiert euren Epic Games Namen ich werde extrem viele von euch adden weil ich mache wieder Abo zocken im Squad und dann mache ich immer auf öffentlich dann könnt ihr beitreten wenn ihr im Stream am Start seid boah also ich frage mich wie er diese 59 Kills macht so er hat jetzt schon 4 Kills glaube ich und es leben noch 85 Leute Digga das ist krass 59 es ist nicht so dass er irgendwie 30 oder 40 Kills macht er holt über die Hälfte der Lobby das ist so verdammt krass das ist extrem heftig man muss auch ein bisschen safe immer spielen sage ich euch ehrlich Freunde Hermin die Gegner sind nicht die Besten aber man kann auch nicht krass oh jetzt jetzt kassiert er hier ein bisschen er hat nur noch 34 HP ich sage nie wieder dass die Gegner nicht die Besten sind aber er hat schon 10 Kills 77 Leute leben noch boah ich bin wirklich gespannt wie viele Kills er haben wird wenn noch 50 Leute leben dann muss er ja bestimmt schon 30 Kills oder so haben 12 das ist extrem krass es kommen auch die ganze Gegner so es hört gar nicht auf und paar sind davon natürlich Bots aber nicht alle das merkst du und er hat auch extrem krasses Aim aber bisher habe ich noch nichts so extrem krasses von ihm gesehen wo ich so sage okay jemand mit gutem Aim oder der bisschen das Spiel drauf hat würde das nicht schaffen wisst ihr wie ich meine Freunde so deswegen wir spulen jetzt erstmal nach vorne bis wir bei den nächsten Gegnern sind hat er den jetzt auch geholt oder was oder wurde der von Darth Vader geholt das ist auf jeden Fall miese Zeiten weil dann hat Darth Vader ihm auf jeden Fall einen Kill geklaut das Leben noch 67 Leute und er hat erst 13 Kills und er macht einfach noch 46 Kills okay den einen No-Skin wo wir gerade vorgespult haben hat er geholt so er muss auch achso das ist sogar in nicht bauen jetzt Digga in nicht bauen 59 Kills zu machen ist eh noch viel krasser Digga jetzt jetzt verstehe ich es erst das ist extrem krass Digga er hat schon fast 20 Kills und es leben noch 59 Leute boah ihn nicht bauen es muss ein Squad kommen wo die ein bisschen gutes Aim haben und dann war es das er läuft weg warum läuft er weg Junge als er jetzt einfach schon 20 Kills wenn die gleich alle gefinished sind ist er bei 20 ist wichtig dass er den bekommt der war ganz gut glaube ich das merkt man auch immer ein bisschen am Movement Digga was geht hier ab Junge das ist geisteskrank er hat sowas niemals für möglich gehalten er bekommt auch wirklich jeden er weiß selber dass er gerade Weltrekord machen kann es kommt von jeder Seite auch ein Gegner das ihm ich wollte gerade sagen dass ihm nicht die Munition ausgeht das ist ein bisschen komisch aber jetzt hat er wieder Muni richtig Digga jetzt bekommt er noch die Kamehameha-Wolke ich glaube die ist auch sehr sehr wichtig für diesen Kill-Rekord boah das kann ja so eine heftige Runde werden er hat nicht mal Heal-Stuff dabei also wenn ihr wissen wollt wie ihr den Weltrekord brechen könnt ihr dürft nicht mal Schaden kassieren so ein Ding ist das haben die die er vorher niedergesteckt hat wurden die gehealt hier wieder 25 Kills 26 sogar über ein Viertel der Lobby hat er schon geholt er nimmt nicht mal Minis mit ich weiß es nicht das ist so krass das ist extrem krass 50 Leute leben und er hat fast 30 Kills er spielt auch schlau er geht auf den High Ground holt den direkt weg er hat auch krasses Aim ehrlich er hat extrem krasses Aim muss man ehrlich zugeben Freunde sehr sehr starkes Aim und das sind die 30 Kills er hat ein gesamtes Squad auseinander genommen die hatten nicht mal ne Chance ok ey grad nebenbei läuft auch noch FNCS Invitational also sowas wie Fortnite World Cup 2.0 wo die ganzen besten Spieler aus der Welt also die besten 50 Duos aus der ganzen Welt aus Asien Ozeanien Brasilien Europa Middle East Amerika eingeladen wurden und deswegen dachte ich mir ok ich tu morgen nur ein Video hochladen weil ich mir das unbedingt anschauen will und die neue Folge von 7 vs. Wild ist eh das geilste und dann ist noch von meinem äh neuen Favorite Anime den ich zur Zeit schaue Blue Lock ist so ein Fußball Anime ich weiß nicht ob ihr den kennt oder geschaut habt oder Awashi war auch extrem krass die ersten beiden Staffeln oder war es nur die erste Staffel weiß grad nicht aber auf jeden Fall Blue Lock und Awashi extrem geile Fußball Animes und sein Aim auch extrem geil und vor allem diese Aug mit Zielfernrohr eine der geilsten Waffen die es jemals in Fortnite gab ich würde sogar behaupten geiler als Ska bin ich euch ehrlich Freunde fühle ich sogar ein bisschen mehr man macht so viele Kills jetzt schon 33 auf jeden Fall worauf ich hinaus wollte so ich dachte mir ok ich lade nur ein Video am Tag hoch und dann dachte ich mir ne man komm wir haben hier den Weltrekord schau ihn mir mit euch zusammen an weil ich hab selber auch schon voll oft versucht in No Build der High Kill Round zu machen aber es hat nie geklappt vor allem er bekommt ja gefühlt gar kein Schaden und ihm ist es auch komplett egal er geht all in er hielt sich nicht mal muss man glaube ich aber auch machen weil sonst wird es nichts und die Aug Digga mit der Aug hat er bestimmt schon über 10 Kills gemacht und sein Movement ist auch extrem krass er geht immer perfekt auf die Sachen hoch er spielt High Ground aus vor allem wenn jemand mit Auto kommt Hauptsache es explodiert der Dings bekommt keinen Schaden er hat so krasses Aim und wichtig dass die rebooted wurden schade Bro stark 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 egal er hat das beste Aim er hat das beste Aim ist unglaublich wie verdammt gut er ist 34 Kills schon und 37 Leute leben immer noch ich dachte irgendwie am Anfang es ist fake dass ich diese 59 Kills gelesen habe irgendwie dass es in mehreren Runden aufgenommen wurde aber in einer Runde so viele Kills Digga er hat Aim Bot ich schwörs euch er hat Aim Bot es ist so extrem geisteskrank der Brie will jetzt erstmal wegfahren weißt du ich hätte Angst ich würde mir denken dass er hackt vor allem wenn ich irgendwie 20 Kills hab dann leben vielleicht noch 2-3 Leute er hat fast 40 Kills und es leben noch 31 Leute geisteskrank braucht er Munition vor allem Eier Munition er hatte schon so viel Eier Munition aber er macht so viele Kills mit dieser Aug ich weiß nicht wie viele Kills er mit dieser Aug gemacht hat aber mittlerweile bestimmt schon über 20 vor allem ich würde jetzt nicht behaupten dass die Gegner extrem krass sind aber die sind jetzt auch nicht schlecht aber sein Aim ist einfach nur extrem heftig schau dir das mal an als ob er irgendwie Aim Bot hätte als ob er irgendwie hacken würde also wenn er wirklich nicht hackt dann ist er wirklich extrem krass Digger Digger oh mein Gott ist wirklich zu heftig er hat nicht mal Schaden bekommen 40 Kills schon das Leben über noch 25 was ist nicht ah du heilige du hast auch noch die andere Waffe ne Bro ich wollte es nur erwähnen der ist auch noch ein bisschen Munition krank geisteskrank schau was für gutes Aim er mit dieser Waffe hat er ist einfach der Beste wird sogar behaupten er hat genau so krasses Oak Aim wie die ganzen Fortnite Pros wenn nicht sogar krasser er trifft ja wirklich jeden Schuss 45 Kills schon und es leben noch 19 Leute oder das ist geisteskrank das ist so heftig so verdammt heftig ich check gar nicht dass wir uns das gerade anschauen ich dachte immer früher sowas ist gar nicht möglich aber ja das ist 100% ein Bot er schießt ja nicht mal zurück WTF das ist aber glaube ich kein Bot gewesen 50 Kills 50 Kills und noch 12 Leute also er macht jetzt noch 9 Kills so krass so extrem krass vor allem ich habe auch noch nie ein Gameplay gesehen wo so die ganze Zeit Action war das ist so heftig er wurde auch noch nie so doch am Anfang da enttiltet da war er extrem low aber dann im Nachhinein eigentlich gar nicht mehr da wurde ihm einer geklaut das wäre halt extrem heftig gewesen wenn er ähm 60 Kills gemacht hätte anstatt nur 59 aber Digga allein schon 59 sind extrem krass er spielt auch voll schlau er geht auf High Ground aber ich glaube heute werden so viele Kills gar nicht mehr möglich und ich sage euch auch den wichtigsten Aspekt wieso das nicht geht die AUK ist nicht mehr drin ich sage euch wie es ist diese Waffe mit dem Zielfernrohr das ist die beste AR die es jemals gab die ist sogar krasser als die SCAR glaubt mir mit dieser Waffe kannst du Menschen von so weiter Distanz aus der Luft lasern oder halt allgemein diese Waffe war für Surge so extrem geil also ähm die Grotto Season also ich glaube das war Season 3 Chapter 3 viele haben sich über die Season beschwert aber ich fand diese Season extrem geil bin ich euch ehrlich bin ich euch ganz ehrlich Freunde vor allem die Striker Pumps fand ich auch cool auch die Tactical war eine geile Waffe nur was bisschen die Season kaputt gemacht hat war die Drum äh Shotgun aber ich hoffe wenn das nächste Season oder wenn dann direkt schon Chapter 4 ist dass Fortnite es dann so in Creative macht dass man sich ähm quasi aussuchen kann welche Season man spielen will so stellt euch mal vor ihr kommt von der Schule nach Hause und denkt euch so ja okay Bruder heute keinen Bock auf die neue Season deswegen lass mal keine Ahnung Chapter 1 Season 4 spielen oder ja kein Bock auf die Season lass mal Chapter 2 Season 2 spielen so das das wird auf jeden Fall extrem krass wenn das zurückkommt dass man einfach jede Map spielen kann das ist so krank 59 Kills zeigt das bitte ich will diese 59 Kills noch sehen auf jeden Fall vergisst nicht Abo Like da zu lassen neben meinem Kopf kommt ihr auf jeden Fall zu den letzten Videos da sehen wir es 59 Kills Geist krank checkt die Videos auf meinem zweiten Kanal auch ab da kommt jeden Tag ein Gaming Video und danke für den ganzen Support Tschüss